3, 2, 1, live. So, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Podiumsdiskussion, erhöhte Sitzmöglichkeiten für Masthühner, wie setze ich es um? Mein Name ist Katja Kulke, ich bin Mitarbeiterin im Netzwerk Fokus Tierwohl und ich darf Sie heute durch diese Diskussionsrunde führen. Am Anfang möchte ich Ihnen aber noch ein paar kurze Hinweise zur Technik geben und zwar haben Sie die Möglichkeit, bei sich im Chat sich untereinander auszutauschen. Jedoch ist es hier auch so wie bei den Vorträgen, die Sie schon im Laufe des Tages gesehen haben, dass wir hier diese Fragen, die Sie oder Kommentare, die Sie bei sich im Chat stellen, nicht sehen können. Daher würde ich Sie einfach bitten, wenn Sie Fragen haben, die im Kopf zu behalten oder sich einfach eine kurze Notiz zu machen und es wird im Anschluss an diese Diskussion die Möglichkeit geben, dass wir in einem extra Distributionsraum uns auch noch weiter austauschen und dort dann entsprechend Ihre Fragen beantworten. Bevor wir jetzt aber gleich in das Thema einsteigen, möchte ich noch kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache machen und unser Projekt Netzwerk Fokus Tierwohl kurz vorstellen. Hierbei handelt es sich um ein Projekt, das im Rahmen der Nutztierstrategie durchgeführt wird und vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert wird. Es handelt sich dabei um ein Projekt, das sich dem Wissenstransfer verschrieben hat und an dem insgesamt 17 Verbundpartner aus ganz Deutschland beteiligt sind. Das Ganze wird entsprechend koordiniert über den Verband der Landwirtschaftskammern und wir haben uns halt zum Ziel gesetzt, dass wir den Wissenstransfer in der Rinder-, Schweine- und Geflügelhaltung verbessern wollen, im Hinblick auf, dass wir Tierhalter unterstützen wollen, im Hinblick auf die Aspekte Tierwohl, umweltschonende Tierhaltung und auch nachhaltige Tierhaltung. Hierfür werden im Rahmen des Projektes drei Tierwohlkompetenzzentren aufgebaut. Es handelt sich hier um virtuelle Tierwohlkompetenzzentren mit Experten aus allen Bundesländern. Die Organisation der Arbeitsprozesse in diesen Tierwohlkompetenzzentren wird über Geschäftsstellen durchgeführt. Hierfür haben wir eine Geschäftsstelle in Hessen, die das Tierwohlkompetenzzentrum RIND organisiert. Wir haben für das Tierwohlkompetenzzentrum Schwein die Geschäftsstelle Nordrhein-Westfalen und für das Thema Geflügel die Geschäftsstelle, entschuldigen Sie bitte, des Tierwohlkompetenzzentrums in Niedersachsen. Zudem haben wir in allen Bundesländern sogenannte Tierwohlmultiplikatoren, die kostenlose Veranstaltungen organisieren, in denen halt entsprechend das Wissen vermittelt werden soll. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, innerhalb der Kompetenzzentren auch Informationsmaterialien auszuarbeiten. Hierbei werden wir auch noch unterstützt, weil im Hinblick auf die methodische Ausarbeitung durch die Projektpartner DLG und Fiebel. Und wenn ich jetzt ein bisschen Ihr Interesse für das Projekt wecken konnte, dann würde ich Sie einfach bitten, entweder uns hier an unserem Stand auf der Eurotier zu besuchen oder aber auch mal einen Blick auf unsere Homepage zu werfen. Sie finden uns unter fokus-tierwohl.de. Okay, genau. Und jetzt können wir dann auch gleich einsteigen in unser heutiges Thema, erhöhte Sitzmöglichkeiten. Dafür habe ich heute vier Gäste eingeladen, die ich hier kurz vorstellen möchte. Einmal dabei ist Frau Dr. Julia Malchow. Der ein oder andere hat Frau Malchow heute vielleicht schon kennengelernt, weil sie im Vorfeld schon einen Vortrag gehalten hat zu ihrem aktuellen Projekt Healthy Livestock. Auch mit dabei ist Herr Stefan Tebka. Herr Stefan Tebka ist Landwirt und seit 2009 Hähnchenmäster. Er setzt in seinem Stall sogenannte Sprungtische ein und ist inzwischen auch Geschäftsführer der Sprungtisch GmbH, in der er auch entsprechend diese Sprungtische vermarktet. Dann mit dabei heute ist Herr Felix Wessjohan. Sie haben vielleicht im Kamin-Kalender noch die Ankündigung von Frau Roppel-Klarmann gesehen. Da ist uns leider ein kleines Missgeschick passiert. Heute dabei ist auf jeden Fall Herr Wessjohan und zwar als Geschäftsführer der Brüterei Weser-Ems. Und Herr Wessjohan hat schon oder bringt langjährige Erfahrung mit durch seine aktive Mitarbeit in Projekten, die sich auch mit dem Thema erhöhte Ebene beschäftigt haben. Und zu guter Letzt, auch in der Runde ist meine Kollegin Frau Silke Schierhold. Frau Schierhold ist Beraterin an der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und sie beschäftigt sich inzwischen seit fast 20 Jahren mit dem Thema Geflügel. Ich freue mich, dass Sie sich heute alle die Zeit genommen haben und bin gespannt auf die folgende Diskussion. Gleich kurz zur Einleitung. Wir haben ja heute schon gesehen in den vorausgegangenen Vorträgen, dass offensichtlich viel Interesse an dem Thema erhöhte Ebene besteht. In Niedersachsen wurde bereits 2018 ein entsprechender Erlass verabschiedet, in dem es heißt, dass zur verhaltensgerechten Unterbringung sowohl Strukturelemente als auch Beschäftigungsmaterialien angeboten werden sollten. Je angefangenen 150 Quadratmeter Steilgrundfläche sollen hierbei ein Strukturelement oder ein Beschäftigungselement angeboten werden. Und wir wollen uns heute aber hauptsächlich auf die Strukturierung fokussieren und ich möchte im Endeffekt hier mit Ihnen besprechen, was für Möglichkeiten haben wir als Tierhalter, eine vermehrte Strukturierung im Stall anzubieten und wie sind da die bisherigen Erfahrungen. Einleitend, damit Sie auch hier unsere Diskussionsteilnehmer noch ein bisschen weiter kennenlernen, würde ich erstmal an die einzelnen Teilnehmer eine Frage richten, wie sie eigentlich zu dem Thema gekommen sind. Und anfangen möchte ich da vielleicht bei Frau Dr. Meichow. Ich weiß, dass Sie sich schon länger mit dem Thema erhöhte Sitzmöglichkeiten bei Mastinam beschäftigen. Vielleicht können Sie kurz sagen, wie Sie zu dem Thema gekommen sind und vor allen Dingen auch, was Sie halt gerade in Ihrem aktuellen Projekt untersuchen. Ja, sehr gerne. Ja, und vielen Dank. Genau, ich beschäftige mich eigentlich schon fast seit knapp fünf Jahren mit erhöhten Ebenen und gerade auch bei Maskeflügel. Ich habe im Rahmen meiner Promotion mich schon mit dem Thema erhöhte Ebenen oder überhaupt Sitzmöglichkeiten bei Maskeflügel beschäftigt. Dort habe ich mit drei verschiedenen Mastinagenetiken, also schnell wachsend und auch langsam wachsenden Tieren, gearbeitet. Unter anderem mit dem Zweinutzungshund Loman Dual, wo wir das Verhalten untersucht haben und haben dann auch gleich die Chance genutzt, den Einsatz von erhöhten Ebenen zur Untersuchung. Und seitdem bin ich ein bisschen dabei und wir haben da auch schon die ein oder anderen guten Ergebnisse eigentlich erhalten. Zum Healthy Livestock Projekt, wir sind da in zwei verschiedenen Arbeitspaketen. Zum einen möchten wir gerne die Resilience, also die Widerstandsfähigkeit unterstützen und versuchen das, indem wir das Verhalten und das Wohlbefinden beispielsweise auch unterstützen, da es dazu auch Links zur Widerstandsfähigkeit beziehungsweise auch zu dem Immunsystem gibt. Da laufen derzeit noch Untersuchungen bei uns. Und zum anderen ist beim Healthy Livestock auch ein Thema die automatische Früherkennung. Und in dem Fall nutzen wir auch erhöhte Ebenen und haben dort sozusagen ein Wiegesystem involviert in die erhöhte Ebene und versuchen anhand von Gewichtsdifferenzen bestimmte Aktivität zu erfassen. Genau, das ist eigentlich so kurz und knapp, was wir gerade eigentlich machen. Und wir im Healthy Livestock selber, das hatte ich ja schon vorgestellt, allerdings weiß ich ja nicht, wer jetzt den Vortrag gesehen hat. Ganz kurz, wir untersuchen, welche Oberflächen beispielsweise sich sehr gut eignen für erhöhte Ebenen oder für die Masthühner, welche Oberflächen werden überhaupt genutzt. Und dann auch, wir hatten auch die Höhen untersucht, welche sich am besten eignen. Oder halt wie gesagt, auch das Wiegesystem, ob es überhaupt, also wir haben es experimentellen Versuchstellen untersucht und haben es jetzt auch bei Herrn Tebka angewendet und konnten es da auch ausprobieren, ob es auch unter Praxisbedingungen eigentlich funktioniert. Genau, da sind wir gerade bei den Auswertungen und gucken auch, ob wir eventuelle tiergesundheitliche Probleme mit diesem Wiegesystem, mit diesem Früherkennungssystem erfassen können. Genau, ja. Gut, da habe ich mir schon mal rausgehört, dass wir, wenn wir über erhöhte Ebenen sprechen, nicht nur über das Verhalten der Tiere sprechen, sondern definitiv auch über Effekte zur Tiergesundheit. Herr Tebka, Sie haben ja heute schon einmal vorgestellt, wie das bei Ihnen im Stall aussieht. Sie nutzen die erhöhten Ebenen oder die Sprungtische anscheinend ja schon etwas länger. Vielleicht können Sie noch mal kurz erläutern, seit wann Sie die einsetzen und wie es dann tatsächlich auch dazu gekommen ist, dass wir diese Sprungtische auch vermarkten. Ja, genau. Wir sind, ich glaube, das ist jetzt bald vier Jahre her, dass wir auf das Thema in Summe aufmerksam geworden sind. Und das wurde eingangs ja schön beschrieben. Es ging so ein bisschen um Beschäftigung, aber auch um Strukturierung. Und ja, da gab es halt auch oft die Forderung, eventuell über Strohballen was zu machen. Und das war für uns immer so, naja, manuell jetzt Strohballen wieder reinschleppen. A, mit viel händischer Arbeit verbunden. Und auf der anderen Seite haben wir immer das Risiko gesehen, uns gewisse Krankheiten damit reinzuholen. Das war das eine. Und auf der anderen Seite gab es dann irgendwann die Möglichkeit, auch erhöhte Ebenen über ITW auch angerechnet zu bekommen. Und damit ging eigentlich auch eine Tür auf, um erhöhte Ebenen wirtschaftlich einzusetzen. Und dann sind wir eigentlich, und wir, das ist mein Onkel und ich, angefangen, bei ihm im Stall zu probieren und haben mal die ersten Bleche kanten lassen, die wir dann auch an Seilen aufgehängt haben. Und das ist so in etwa vier Jahre her. Und dann haben wir eigentlich viel probiert und erst mal bei ihm im Stall geguckt, wie funktioniert das. Und die Ebenen haben sich seitdem auch, ja, vorlaufen weiterentwickelt. Sowohl die Breite als auch die Höhe haben wir angepasst, sodass heute das Ganze, glaube ich, auch wirtschaftlicher geworden ist. Als auch das Thema Aufstiege, das ist quasi fast schon ein eigenes Thema, ist es deutlich weiterentwickelt worden. Und dann ist es eigentlich so gekommen, dass wir für uns gesagt haben, so jetzt wären wir eigentlich für uns serienreif und haben das dann, ich sag mal, bei ihm in zwei Stellen und bei uns in Summe in zwölf Stellen eingebaut nach und nach. Ja, und dann kommt man mit Berufskollegen ins Gespräch und sagt, Mensch, warum macht denn ihr das? Ich sagte, ja, das kann sich auch durchaus rechnen. Ja, Mensch, wenn sich das rechnet, dann will ich das auch wohl haben. Und zu der Zeit gab es auch gar keinen Anbieter dafür. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir das jetzt hier verkaufen wollen, dann haben wir eine Ausgründung so gesehen gemacht, eine separate GmbH gegründet, in der Produktion und Vertrieb laufen. Genau, das ist jetzt so seit zweieinhalb Jahren. Von daher sind, glaube ich, auch in der Praxis schon etliche Stelle ausgerüstet worden. Es gibt auch mehrere Anbieter mittlerweile. Und ja, von daher sind wir da gut mit beschäftigt. Und spannend ist auch, und ich glaube, da sind wir ganz gut vernetzt und auch integriert. Ja, mit Frau Meichow, die dann bei uns Versuche machen, aber halt auch selber, dass wir sowohl Bachelor- als auch Masterstudenten haben, die praktische Arbeiten für ihr Studium angefertigt haben oder auch Fachschüler. Und das hilft uns in Summe natürlich auch, das weiter zu verbessern. Und ja, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Produkt auch auf dem Markt. Ja, vielen Dank. Sie haben ja schon gesagt, die Sprungtische sind schon in einigen Stellen inzwischen zu finden. Das wäre tatsächlich auch eine Frage, die ich noch an Herrn Westjohan stellen wollte. Also zum einen, Herr Westjohan, hätte ich auch gern von Ihnen gewusst. Ich habe in der Anmoderation gesagt, dass Sie sich schon seit mehreren Jahren mit dem Thema erhöhte Ebene beschäftigen. Vielleicht können Sie uns kurz erläutern, wie Sie dazu gekommen sind und uns dann einfach auch mal Ihre Einschätzung geben, wie das denn aussieht. Ob jetzt nur in Niedersachsen, sage ich mal, vermehrt solche Ebenen angeboten werden oder ob man das auch deutschlandweit da die Tendenz sieht. Ja, erstmal herzlich willkommen heute hier in unserer Runde. Zum Thema Sprungtische ist es so, dass wir sicherlich auch vor sieben Jahren schon mal die ersten Versuche gestartet hatten, aber zusammen mit einem Stalleinrichter dort aber schnell an einem Punkt gekommen sind, in der Ausarbeitung, Auslebung, wo der sogenannte Return on Invest, das ist natürlich relativ wirtschaftlich, aber das ist nun mal auch, hier wohl am Ende des Tages setzen Praktiker für Praktiker das nur um, wenn es dann auch einen gewissen Mehrwert gegenseitig gibt. Das heißt, für Tiere als auch für den Tierhalter selber. Und mit den Stalleinrichtungen ist man schnell zu Kostenkalkulationssituationen gekommen, wo man dann sagt, ich habe einen Return on Invest von sechs, sieben, acht Jahren und da stelle ich ganz stark in Frage die Haltbarkeit, die Lebensdauer einer solchen Verbesserung und Errungenschaft und da ist man schnell dann dazu gekommen, dass Entwicklungswege vom Praktiker, vom Tierhalter für Tierhalter der bessere Weg gewesen sind, so zum Beispiel auch im Hause von Herrn Tepker geschehen, wo Herr Tepker, sagen wir mal, eines der Systeme, die am Markt verfügbar sind, mitentwickelt haben hat, was auch sehr praktikabel zu handhaben ist, in der Tierhaltung selber, als auch gibt es natürlich auch Entwicklungen, die auch in Süddeutschland sich mit abgebildet haben. Man muss natürlich für sich selber entscheiden, was ist das Für und Wider oder das Bessere. Da würde ich keine Wertung auflegen möchten, aber es kommt zunehmend, dass auch Betriebe sich erhöhte Sitzebenen durchaus mit einbauen. Das hat ein Stück mehr an Tierhol sicherlich auch darin begründet, dass natürlich über ITW eine gewisse Anrechenbarkeit mit zugrunde gelegt wurde. Das muss man ganz klar auch dabei sagen. Und die Annahme der Tiere oder die Annahme dieser Ebenen ist natürlich schon auch gegeben, aber hängt von der Positionierung und von der Installation des gesamten Stallaufbaus mit ab. Also ich würde spontan behaupten, wir sind jetzt mittlerweile bei 20 Prozent der Stallungen, die erhöhte Ebenen ungefähr haben. Okay, vielen Dank für diese erste Einschätzung. Und Frau Schierhold, bei Ihnen weiß ich, dass Sie selber an der Landwirtschaftskammer auch Versuche zum Thema erhöhte Sitzmöglichkeiten durchgeführt haben. Vielleicht mögen Sie uns auch noch mal kurz erläutern, wie es damals dazu gekommen ist. Ja, wir sind also 2011 dazu gekommen. Und zwar kam das daher, weil dort oder dann eben der niedersächsische Tierschutzplan ins Leben gerufen wurde. Und dort sind eben alle Tierarten verankert, die wir bearbeiten, sage ich mal. Und unter anderem war eben in dem Handlungsfeld Masthähnchen. gab es das Feld dann eben Beschäftigung, erhöhte Sitzebenen und also Beschäftigungsmaterial und Rückzugmöglichkeiten. Und da hatten wir selber noch nichts dazu. Es gab zwar schon Studien, die teilweise auch eben unter Versuchsbedingungen gemacht worden sind, aber nicht als Feldversuch. Und dann hatten wir uns überlegt, dass wir das also als Feldversuch machen wollten. Und ich habe dann zwei Landwirte gefunden, die dort mitgemacht haben. Wir haben mehrere Durchgänge gemacht. Natürlich jetzt nicht so schöne Auswertungen mit Kamera und dergleichen, wie Frau Dr. Meichow das gemacht hat. Aber als ich vorhin von Herrn Tepker den Film gesehen habe, musste ich lachen, weil das sind genau die Dinge, die wir damals auch eben untersucht haben. Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir vorhin schon von Einleiten von Frau Dr. Meichow gehört. Es gibt zwei Aspekte, die beim Thema erhöhte Ebenen zu diskutieren sind, wo man sich positive Effekte erwartet. Das ist die Tiergesundheit, aber natürlich auch das Tierverhalten. Und vielleicht, Frau Dr. Meichow, können Sie noch mal einmal kurz am Anfang dieser Diskussion eigentlich noch mal darstellen, warum sind denn so erhöhte Sitzmöglichkeiten eigentlich wichtig für Mast-Hühner? Ich glaube, der wichtigste Aspekt, warum erhöhte Ebenen wichtig sind für die Hühner, ist natürlich der Verhaltenaspekt, dass sie aufbauen können. Also es gibt ganz viele Studien, die zeigen, dass einfach auch schon junge Tiere motiviert sind, erhöhte Ebenen zu nutzen. Und gerade in der Nacht ist es dann halt auch schon, wenn sie älter werden, schon umso wichtiger. Also ich denke, gerade dieses Aufbauen ist ein wichtiger Punkt. Und dann kommt noch dazu, dass sie dann auch Ruhemöglichkeiten haben. Also ich sehe halt erhöhte Ebenen nicht als Aktivitätsbereich, dass der unbedingt eingestreut sein muss beispielsweise und dass sie da Schaden picken können, sondern eher, dass sie halt da wirklich ihre Ruhe finden. Und das sieht man ja auch ganz häufig, dass beispielsweise, wenn hohe Besatzdichten auftreten, dass dann eigentlich auch umso mehr die erhöhten Ebenen genutzt werden. Genau. Und also tiergesundheitliche Probleme wie zum Beispiel Fußballveränderungen, also da muss ich ja ehrlich sagen, habe ich jetzt noch nicht so gravierende Unterschiede gefunden. Also ich habe jetzt noch nicht einen starken Effekt gefunden, dass jetzt wirklich erhöhte Ebenen zu einer besseren Fußballqualität beitragen. Also es ist halt so, dass es ja natürlich auch multifaktoriell ist und dass eigentlich das ganze Steilmanagement diese Fußballqualität beeinflussen kann. Also da würde ich nicht sagen, dass erhöhte Ebenen dann großen Einfluss haben können. Also können sie natürlich schon, können ein Punkt sein. Aber genau, also ich glaube, dass es eigentlich der wichtigste Effekt ist, dass wir halt wirklich dieses Verhalten unterstützen. Ja. Und haben Sie das denn entsprechend auch gut beobachten können in Ihren Versuchen? Also das ist ja einmal die Theorie, sage ich dahinter. Und das andere ist aber ja, werden diese Ebenen auch entsprechend angenommen? Konnten Sie das beobachten, dass die Tiere das auch wirklich gut annehmen? Also ich denke, im Rahmen dieser schnell wachsenden Tiere können sie schon sehr gut annehmen. Also wir hatten bei uns direkt in Zelle, in experimentellen Studien, hatten wir auch bis zu 30, 40 Prozent der Tiere auf den Ebenen. Es ist natürlich auch abhängig, wie ist die Elterntierherde, wie ist die Entwicklung in der ersten Lebenswoche? Also aus Erfahrung hier aus Zelle und auch vom Praxisbetrieb kann ich sagen, dass wenn, ich sage mal, die Tiere in der ersten Woche nicht fit sind oder halt auch schon keinen Zugang haben zu erhöhten Ebenen, werden sie die auch nicht nutzen. Also sage ich mal, wenn sie schon Laufprobleme haben in der ersten Woche, werden sie nicht auf die erhöhten Ebenen gehen. Wenn sie keinen Zugang haben in der ersten Lebenswoche, dann werden sie auch die Ebenen nicht nutzen. Also das ist so meine Erfahrung tatsächlich. Also das, ja, also es ist auch sehr herdenunterschiedlich. Herr Thiebka, Sie hatten sich dazu die Hand gehoben. Einmal bitte das Mikrofon nochmal anmachen. Danke. Ich würde ganz gerne ergänzen, beziehungsweise auch nochmal eine Rückfrage stellen. Und zwar, das ist immer noch ein Versuch, den wir ganz gerne machen würden, dass man nochmal guckt, wie stark werden die erhöhten Ebenen oben während der Dunkelphase wirklich genutzt. Weil unsere Erfahrung jetzt, wenn wir, ich sage mal, in den Stall reinkommen, während der Dunkelphase machen Licht an. Das ist ja so der eine Versuch. Dann würden wir optisch sagen, sitzen da weniger Tiere als in der Hellphase. Aber wie gesagt, das haben wir noch nicht ausgewertet. Und ich würde es ganz gerne ergänzen, dass natürlich auch der Bereich unter den Ebenen in meinen Augen sehr, sehr wertvoll ist. Weil der große Unterschied zuvor ist einfach, der Stall gewinnt Struktur. Und für mich spielt eigentlich gar nicht die Frage, ist die Struktur oben oder unten wertvoller, sondern die Tiere können auf Umwelteinflüsse reagieren. Die können sagen, mir ist es zu hell, egal künstliches Licht oder einfallende Sonne. Und können entscheiden, ich gehe nach unten. Oder mir ist es zu warm, ich will anders durchlüftet werden, ich kann nach oben. Und ich glaube, das ist viel entscheidender, dass es grundsätzlich eine Strukturierung gibt. Ja. Was hier vielleicht die Wahlmöglichkeit hat. Ja, das stimmt. Und oben ist immer die Frage, wie doll bewertet man das? Genau. Also wir haben da, wenn ich gleich mal antworten darf, wir haben da auch gerade eine Masterarbeit laufen. Und wir werten auch gerade die Fläche im Vergleich, die Fläche unter der Ebene im Vergleich zu der erhöhten Ebene aus. Also es ist eigentlich auch ganz spannend und das korreliert auch schön. Also für die ersten Ergebnisse und die Masterarbeit ist sofort fertig. Und zum anderen Punkt, was wollte ich jetzt sagen? Was war das Erste? Das habe ich gerade vergessen. Ach so, mit dem nächtlichen Aufbau. Genau. Es ist tatsächlich so, dass wir das beobachten konnten, dass am Tage, dass es ja da zu einer Rücknahme kommt, zu der Nutzung. Aber meistens eigentlich in der Nacht ist es eher, dass es immer noch ansteigend ist. Und wir haben ja bei Ihnen, haben wir ja auch Kameras installiert und haben auch, können uns auch die Dunkelphase angucken, weil wir ja auch Infrarot-Lampen dabei hatten. Deswegen können wir da auf jeden Fall auch Ergebnisse liefern. Genau. Da freue ich mich auf die Ergebnisse. Ja, ich bin auch gespannt. Herr Wesson, Sie hatten sich auch dazu die Hand gehoben. Ja, ich kann das eigentlich nur unterstützen, dass das, was in der Zelle vom FLE beobachtet wurde, dass das eigentlich ausschlaggebend ist, dass, sagen wir mal, wenn ich das arttypische Ausleben der Eigenschaft eines Huhnes fördern möchte, dass ich das schon im frühen Stadion anbieten muss, um auch die Tiere da wirklich, ja, dass sie es sofort erlernen und zur Verfügung haben. Wenn ich später im Stall, und das betrifft, egal welche Strukturelemente man darüber redet, ob ich jetzt erhöhte Ebenen nehme, ob ich Sitzstangen nehme oder Strohwein, wenn ich sie später anbiete, dann prägt sich das Tier ganz anders, ja, oder trainiert sich da ganz anders drauf ein. Ja. Und Frau Schihold, Sie hatten auch dazu die Hand gehoben. Ja, wir haben festgestellt, tatsächlich, oder ich habe dann festgestellt, dass die Tische eigentlich damals sehr gut besucht worden sind, auch von Anfang an gleich. Also wir konnten jetzt nicht feststellen, dass die das erst nicht annehmen. Also selbst bei der Einstallung von Einstallküten wurde innerhalb der ersten paar Stunden wurden die Tische schon besucht, natürlich nicht in voller Länge, aber es wurde, also die Tiere sind schon raufgegangen. Den ersten Versuch, da hatten wir die Tische noch nicht so weit fertig, da haben wir die Tische erst mit anderthalb Wochen reingebracht, und die wurden dann, ja, nach einem guten Tag wurden die dann auch angenommen. Also das hat gar nicht so lange gedauert, wie wir uns das erst damals vorgestellt hatten. Hinzu kommt, auch Nacht sind die also auch immer voll belegt gewesen. Wie Herr Tiefel schon sagte, kann man das sehr gut sehen, wenn man das Licht anmacht. Das war also alles schön immer belegt. Und was ich auch interessant fand, war eben dieses Wohlfühlverhalten der Tiere auf den Tischen. Flügel, Beine, Strecken, also die fühlten sich doch wohl. Also auch die, die erst nicht so rauf wollten, die gingen also relativ wackelig da drauf. Das hatte sich nachher alles gelegt. Die liefen munter rauf und runter. Das, also da ist auch sonst nichts gewesen. Natürlich gab es auch Tiere bestimmt. Das müsste man nochmal untersuchen. Frau Maicho, das wäre vielleicht nochmal was, Tiere zu markieren. Denn ich hatte, das ist jetzt ein subjektiver Eindruck, den Eindruck, dass sie, dass einige im Desinteresse haben. Das so nach dem Motto, ich habe ja jetzt keinen Bock drauf. Frau Schiert, wir sprechen ja jetzt verstärkt über höhere Ebenen. Ich weiß aber, dass Sie auch in den Stellen den Einsatz von Strohballen und auch von Ballen aus Hobelspäne erprobt haben. Haben Sie denn da vergleichbare Untersuchungen gemacht? Haben die Tiere diese auch zum Runen aufgesucht? Das war jetzt nicht so. Also wir hatten ja einmal diese Kunststoffrosten, diese weißen, die jetzt auch bei Herrn Tepa da im Stall stehen. Weil dann die Küken da natürlich etwas durchgerutscht sind, haben wir einmal das mit Kükenpapier belegt. Das war natürlich nachher sehr verkotet, sehr verklebt. Dann gibt es ja in der Puten auch so diese blauen Matten. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Die haben wir dann darauf gespannt, also so, dass auch die Küken da gut drauf konnten. Das wurde alles gleich gut angenommen. Dann hatten wir eben auch, was bei Herrn Tepa jetzt ist, diese Gussrosten aus Kunststoff, die also aus der Ferkelhaltung kommen. Und er sagte ja heute im Film auch schon, dass, also oder in der Diskussion war das, glaube ich, die Tiere, die Stege sind zu breit, die Tiere konnten da erst nicht rauf. Die Erfahrung haben wir auch gemacht. In den Rosten konnten sie sich nachher gut halten, in den Längsschliffen. Längsschliffen, nur die Rosten waren eben oder die Stege waren zu breit. Bei den Hobelspanballen ist es tatsächlich so, dass da erst die Tiere rauf konnten, als sie älter waren. Die sind nicht so gut angenommen worden als Sitzebenen, eher als Beschäftigungsmaterial. Also das war, das haben wir ja alles in den gleichen Stall gemacht und die wurden also, wie gesagt, nicht so gut angenommen. Ja, daraus wird sich auch gleich wieder für mich eine Frage an Frau Dr. Malchow ergeben. Sie haben ja vorhin gesagt, eigentlich soll so eine Ebene, sage ich mal, dem Ruheverhalten genutzt werden können und weniger als Aktivitätsfläche. Jetzt wäre ja so ein Strohballen, also da könnte man ja denken, das ist halt Beschäftigung und erhöhtes Ruhen in einem. Also man kann da praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sehen Sie das genauso oder würden Sie halt tatsächlich auch sagen, das wäre vielleicht eher ein Nachteil, dass man ja einfach doch beides anbieten müsste, eine Sache zur Beschäftigung und eine Sache zum erhöhten Ruhen? Also ich sehe das eigentlich eher so, dass es getrennt gesehen werden sollte. Gerade bei den Strohballen, das hat ja Herr Tepka auch schon aufgeführt, dass es erst mal noch ein zusätzlicher Arbeitsaufwand ist, weil man ja auch dann doch noch mal Strohballen reinsetzen muss, weil ja gerade, wenn sie das auch als erhöhte Ebene nutzen sollen, also die nutzen das ja eigentlich erst so zweite, dritte Woche wirklich oder kommen da eigentlich erst rauf, je nachdem. Deswegen denke ich, dass man das zusätzlich anbieten sollte, obwohl man ja zum Beispiel auch sieht, dass beispielsweise Pickblöcke als Beschäftigungsmaterial, gerade bei schnell wachsenden Hühnern, eigentlich kaum genutzt wird. Also es soll ja zwar angeboten werden, aber es wird halt auch kaum genutzt. Also die Frage ist, was bietet man wirklich an? Also unterstützt man lieber das Komfortverhalten, dass Beschäftigungsmaterial vielleicht doch eher so ein Staubbad irgendwie sein sollte als irgendwie ein Strohballen oder ein Pickblock. Also ein bisschen, ja. Und können so Strohballen tatsächlich auch, wir haben ja jetzt gerade auch drüber gesprochen, erhöhte Ebenen sind auch eine Form der Rückzugsmöglichkeit. Nun können die Tiere ja auch in der Nähe von den Strohballen sich hinsetzen. Glauben Sie, das ist ein adäquater Ersatz oder bieten die Ebenen da halt doch tatsächlich noch einen deutlichen Vorteil? Ich glaube, es bieten beide einen Vorteil. Also bei den Strohballen ist es ja so, es ist ja auch bekannt eigentlich, dass Hühner sich gerne an die Wand legen. Also wenn man die vorfindet und wirklich liegen, dann liegen sie meistens an der Wand, weil sie da irgendwie einen Schutz haben. Das hat Strohballen natürlich mehr als, sag ich mal, eine erhöhte Ebene, weil wir ja doch da nur die Beine haben. Aber dadurch, dass wir wieder eine dunkle Fläche haben, sodass sie halt auch, ich sag mal, hellem Licht entweichen können, haben eigentlich beide ihre Vor- und Nachteile. Also das würde ich jetzt gar nicht, aber wenn man jetzt halt aus Biosicherheit und Arbeitsaufwand das sich anguckt, glaube ich, ist so ein Sprungtisch schon wesentlich besser. Ja, genau. Herr Wessi-Johann, Sie möchten auch was dazu sagen. Ja, im Grunde bei den Strohballen sehe ich das ähnlich. Das ist in den ersten Lebenstagen eher ein Bereich, wo die Tiere sich draußen drumherum drängeln, um den Ballen selber. Und erst zwischen dem 10. und 14. Tag wirklich aktiv den Ballen nutzen als Aufsprungmöglichkeit, weil sie vorher gar nicht hochkommen. Zusätzlich natürlich Biosicherheitsrisiken wie auch Geflügelpest. als ein Thema mit in den Stall eingetragen werden können. Wenngleich auch natürlich technische Probleme noch da sind. Weil kleine Strohballen gibt es oft gar nicht mehr technisch, die Strohpressen am Markt verfügbar. Selbst wenn Sie diese Pressen noch bekommen, ich sag mal im osteuropäischen Ausland, dann haben Sie das nächste Problem, dass Sie auch im Feld durch die Mähdrescher und die Druschbreite des Strohs, was hinten rauskommt, eigentlich wieder einen Schwader brauchen, um es wieder auf schmale Spuren zu bringen, damit Sie es überhaupt in eine kleine Presse reinbekommen. Und das sind alles Arbeitsgänge, wo natürlich ganz normale Ackerbauern, die uns ja mitbeliefern, dann mit kleinen Ballen irgendwann sagen, so meine lieben Freunde, es reicht, da machen wir nicht mehr mit. Ja, oder ihr bezahlt uns alles von vorne bis hinten. Und das ist halt der Vorteil wirklich dann im Gegenzug an der erhöhten Sitzebene. Ich habe natürlich hygienische Aspekte. Ich habe unter diesen erhöhten Ebenen einfach eine Fläche, wo das Tier ein Fluchtverhalten auch ausüben kann. Ich sag mal, jeder weiß, bei Geflügelt oder Allgemeinvogelartigen, wenn ein Greifvogel von oben kommt, dass sie sich gerne irgendwo drunter verstecken. Sowohl als auch oben eine erhöhte Ruhezone dann vorfinden, sei es nachts oder auch tagsüber, als auch natürlich eine Variation an Klimazonen wieder, was Herr Tepka schon eingeworfen hat, für den Stahl selber. Und das wiederum kann zum Beispiel eine Sitzstange, die alternativ als Aufbaumöglichkeit ja durchaus noch am Markt verfügbar ist, wieder nur schwer bieten. Wenngleich wir da nämlich sofort wieder in Diskussion sind, dass sie pilzförmig sein muss, damit ein vollflächiges Fußen möglich ist. Und die Diskussion dann von Afterzehre bis zur mittleren Vordersehenglied wieder bei 3,2 Zentimeter liegen muss in der pilzförmigen Oberfläche. Und wir wieder die Materialbeschaffenheit auch diskutieren einer solchen Sitzstange an sich. Habe ich Holz, habe ich Metall, habe ich Kunststoff, wo wir ganz massive Unterschiede in der Akzeptanz bei den Tieren beobachten können. Und all diese Probleme der anderen Alternativen sind durchaus bei einer erhöhten Sitzebene elegant zu lösen. Den Worten entnehme ich, dass dementsprechend die erhöhte Sitzebene deutliche Vorteile hat gegenüber anderen erhöhten Sitzmöglichkeiten. Zeigt sich das denn auch in der Praxis? Also, dass man tatsächlich eher die erhöhten Ebenen sieht als die Strohballen, meinetwegen? Es bedarf auch dort natürlich, sage ich mal, dementsprechend Überzeugungsarbeit. Was ich schon sagte, das hängt ganz wirklich davon ab, wie habe ich den Stallaufbau, wie bringe ich das rein? Auch an der erhöhten Ebene. Am besten ist natürlich von vorne bis nach hinten der Stalllänge nach. Ich muss sie auch früh anbieten, sowohl als auch die sogenannten Hühnerleitern. Da kann man vom Gedanken her im Sprachgebrauch vielleicht am meisten was mit anfangen. Es ist auch schon arbeitsintensiv. So ist es nicht, hat aber trotz alledem einen hygienischen Aspekt und die ganzen Vorteilspunkte bezüglich des Tieres, was ich eben schon aufgezählt habe. Und ja, es wird sich aus meiner Sicht schon auf Dauer durchsetzen, ob es für jeden Stalltyp am Ende des Tages machbar ist oder ob wir nicht auch Stalltypen haben, wo trotz alledem wieder Sitzstangen reinkommen. Das ist der Grund, warum wir eine Variation nach wie vor an Angebotsmöglichkeiten benötigen werden. Herr Tepka, Sie wollten auch dazu noch einen Beitrag geben. Genau, also ich würde das auch noch mal unterstützen. Also ich glaube, wichtig ist, dass wir die Variation behalten, weil wir mit Sicherheit auch Stelle sehen werden, wo die klassischen Sprungtische vielleicht auch gar nicht zu montieren sind, wo die Decke zu niedrig ist, wo wir Arbeitshöhe vielleicht verlieren. Vielleicht geht es auch technisch, vielleicht wollen es die Leute nicht. Vielleicht wollen auch gewisse Kundengruppen später auch unbedingt irgendwas mit Stroh haben. Also wenn es da jemanden für gibt, der das bezahlt, dann mag das so sein. Aber am Ende, glaube ich, auch überwiegen aktuell zumindest die Vorteile von erhöhten Ebenen. Einfach auch, ich sage auch noch mal, dieses Thema Strohballen. Da gibt es keine Fläche darunter. Da gibt mir auch noch Fläche verloren. Also es gibt aktuell eigentlich viele Gründe, die in meinen Augen eher für was anderes sprechen. Und man muss sich auch immer fragen, das hat Frau Malchow eigentlich schön gesagt, dass man sich überlegen muss, was will man, was will man anbieten. Und wenn man Beschäftigung anbieten will, dafür brauchen wir den Strohballen nicht. Also da kann man dann vielleicht auch an den Pickmöglichkeiten ja noch arbeiten. Oder ich sage mal, außer Legeinhalt und dann lieber noch mal mit so einem Bündel Luzerner oder so arbeiten, was vielleicht auch hygienisch viel unbedenklicher ist als Stroh. Also da gibt es, glaube ich, tausend andere Möglichkeiten. Und wie gesagt, also das Element erhöhte Ebene als solches hängt im Stahl, ist technisch zu integrieren in die normalen Abläufe und lässt sich ja oftmals auch noch kombinieren mit gegebenenfalls Sitzstangen, die da drauf montiert werden können oder Beschäftigungsmaterial, was an den Tischen befestigt werden kann. Also wir können ja eigentlich viele weitere Aspekte, die vielleicht auch in Zukunft noch kommen, darüber ganz gut abarbeiten. Danke, Frau Schieholt. Ich würde Sie gerne noch mal fragen, aus Ihren Erfahrungen auch aus der Beratung, gibt es trotzdem Punkte, die man auch bei der erhöhten Ebene auf jeden Fall beachten sollte, also auch eventuell Nachteile? Einmal bitte das Mikro noch mal kurz anschalten. So, Entschuldigung. Als großen Nachteil, das haben ja die Betriebsleiter auch gesagt, ist die Reinigung und Desinfektion. Das beansprucht doch sehr viel Zeit und ich habe ja in der Regel Unternehmen dafür beauftragt, die dann das auch nicht mehr so ganz witzig finden. Wir hatten natürlich jetzt nicht so viele Tische, die nach oben gezogen werden konnten. Die mussten die noch per Hand vorstellen. Dann kam hinzu beim Vorgriff, waren die einfach zu schwer. Wir hatten die schon so konzipiert, dass auch Frauen diese Tische tragen können, aber es ist eben doch sehr, die waren sehr, sehr schwer. Und also man hieß es transportieren. Das waren so die wichtigsten Punkte, Reinigung und Desinfektion und dass sie einfach zu schwer sind. Und ja, das waren so die größten Nachteile. Wir hatten jetzt keine gesundheitlichen Nachteile, hatten wir jetzt nicht. Wir hatten mal in einem Durchgang zwei Hähnchen, die sich verfangen hatten in den Rosten. Gut, eins haben wir gerade noch retten können, das andere hat es noch nicht überlebt. Das waren natürlich Nachteile, aber die haben wir danach nie wieder gehabt. Und bei den Strohballen hygienische Aspekte, wie Herr Wessler eben schon sagte, also wir haben die dann, kann ich ja nicht anders machen in Versuchsbetrieben, wir haben die untersuchen lassen. Ich habe Strohproben eingeschickt, dass wir dort keine Aspegillen oder sonst etwas in den Stall schleppen. Das können wir ja den Landwirten auch da nicht antun. Genau, jetzt haben wir heute auch bereits im Vortrag von Frau Malchow gehört, dass auch unterschiedlichste Untersuchungen derzeit laufen zum Thema Beschaffenheit der Fläche bei so einer erhöhten Ebene. Herr Tebka arbeitet bei sich ja jetzt mit einer geschlossenen Fläche, also aus Aluminium. Es wird aber ja auch darüber diskutiert, perforierte Flächen anzubieten. Frau Malchow, Sie haben da jetzt in Ihren Untersuchungen verschiedene Materialien getestet. Können Sie da schon was zu sagen? Gibt es da Unterschiede? Wird das vielleicht das eine perforiert oder nicht perforiert besser angenommen? Es ist sehr unterschiedlich, leider. Wir haben Versuchsstahluntersuchungen gemacht. Da ist eigentlich rausgekommen, dass die Gitterroste besser angenommen worden sind als die Aluplatten. Und im Praxisstahl war es genau umgekehrt. Und da konnten wir eigentlich fast eine klare Linie sehen, dass die Aluplatten besser angenommen worden sind. Und ich habe auch gezeigt gehabt, dass verschiedene Parameter, zum Beispiel der wichtigste Punkt bei der Fußballqualität, dass es da auch unterschiedliche Ergebnisse gibt. Und deswegen kann ich, ich will mich gar nicht so aus dem Fenster hängen. Also ich bin, glaube ich, eher ein Fan von den Gitterrosten, wenn ich jetzt meine Meinung so sagen würde. Weil ich glaube, ich denke, dass halt auch die Luft einfach besser zirkulieren kann. Klar, es wird auch immer wieder ein Punkt angesetzt, dass halt der Kot runterfallen kann. Aber ich denke, dass das nicht so gravierend ist wie bei Legehennen. Also dort, also dazu haben wir auch Untersuchungen gemacht. Die Tiere waren ein bisschen verschmutzter auf dem Rücken, aber es gab halt wirklich wenig Verschmutzung eigentlich auf den Rücken. Und innerhalb von sechs Wochen kann da auch nicht viel passieren. Es ist natürlich nachteilig, dass die Gitterroste dann nicht angerechnet werden können. Aber die Frage stellt sich ja eigentlich, also für mich stellt sich die Frage, ob solche Flächen eigentlich wirklich angerechnet werden sollten. Weil wir ja nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen können, dass jetzt wirklich zehn Prozent der Tiere, die in diesem Stall sind, auf diese Ebenen gehen. Also ich finde halt diese Aussage ziemlich schwierig. Und es zeigt ja auch immer wieder, dass sie sehr, sehr unterschiedlich genutzt wird. Also ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man hier auch an dieser Stelle auch mal diskutieren kann. Das, ja. Das Thema wollte ich auch gleich noch ansprechen, wie es mit Anbrechenbarkeit aussieht. Aber Zulie, Sie wollten auch noch direkt zum Thema perforierte Flächen was sagen. Genau. Also ich sage mal, ich habe mir natürlich so ein bisschen mit Erleichterung über die Stirn gemischt, dass Aluminium ganz gut angenommen wurde. Nichtsdestotrotz, auch aus meiner Sicht. Also ich glaube, perforiert wäre sogar mein Wunsch. Aber wichtig dann halt ohne irgendein Band darunter. Weil dann wird es halt auch von der Reinigung, Hygiene, einfach auch im Praxisbetrieb, ja, nicht mehr händelbar. Und mit Sicherheit wäre perforiert und die leichte Mehrfachspurtung, glaube ich, zu tragen. Und aktuell großer Nachteil, dass sie nicht, dann nicht angerechnet werden würden. Das haben Sie korrekt gesagt. Und ich sehe es halt schon so. Ich meine, das ist natürlich eine Diskussion. Müssen die angerechnet werden? Sollen die angerechnet werden? Das ist natürlich jetzt hier ein ganz galanter Weg, um eine Wirtschaftlichkeit auch hinzubekommen und gleichzeitig mehr Tierwohl zu etablieren. Und von daher, ich glaube, das sind dann halt die Wege, die wir in Zukunft gehen müssen. Wenn wir mehr Tierwohl haben, müssen wir auch Wege haben, wie es auch bezahlt wird. Und ja, von daher tue ich mich immer schwer mit der Diskussion, naja, nutzt es jetzt jedem Tier? Das ist so ungefähr, als wenn wir Auslauhaar aufhaben oder Beschäftigungsmaterial. Naja, vielleicht pickt mich jedes Händchen an den Pickblock und trotzdem machen wir es dreimal. Generell ist es nur so, ein Mehr an Tierwohl und das ist halt schwierig zu vermitteln. Muss man schon auch mal aus dem Aspekt in Summe mit betrachten, dass der Landwirt am Ende des Tages mit seinem Tun, was er da macht, auch davon leben möchte. Und entgegen der ganzen Studien oder Befragung, wenn es da heißt, 60 Prozent der Bevölkerung ist bereit, mehr dafür zu bezahlen, ist diese Erfahrung zumindest in Bezug auf Deutschland nicht deckungsgleich mit dem, was wir auch dementsprechend in Erfahrung bringen dürfen. In anderen Ländern mag es sein, im Verhältnis werden in anderen Ländern prozentual betrachtet, auch von den absoluten Verkaufspreisen, im Verhältnis zu den Einkommenssituationen, wesentlich höhere Preise oder auch mehr Anteil vom Einkommen für lebensmittel ausgegeben. Wir sind in Deutschland einfach zu einer sehr, oder sagen wir mal andersrum, unser gesamtes europäisches Ausland, wenn man dort mit Marktteilnehmern spricht, die sagen einem alle, dass Deutschland der härteste, umkämpfste Markt und der Preissituation im Lebensmittelsegment ist. Das ist ungeachtet, ob wir über welche Art von Lebensmitteln wir hier sprechen. Und das ist einfach der Punkt am Ende des Tages, wo auch die Praxis, da bleibe ich wieder, die Praktiker für die Praktiker, nach Lösungen dann suchen, arbeiten, um der gesellschaftlichen Anforderung gerecht zu werden, die sich an uns stellt, da kann man jetzt lange drüber diskutieren, da gehen die Meinungen natürlich auch weit aufeinander, um gleichzeitig aber auch wirtschaftlich nicht sei mal hinten von der Kante runter zu fallen. Muss man auch ganz klar sehen. Ja, weil am Ende des Tages reden wir hier über Familienbetriebe und das ist das, die wir eigentlich verhalten möchten und nicht immer noch weiter zu groß groß kommen möchten, sondern eigentlich auch im Sinne der Gesellschaft, Landwirtschaft betreiben und im Familienbesitz. Vielen Dank, ich hätte jetzt tatsächlich gerne mit Ihnen auch noch darüber gesprochen, wie es denn eigentlich jetzt aussieht. Wir haben zwischendurch gehört, so erhöhte Ebenen sind halt auch mit erhöhtem Arbeitsaufwand verbunden. Da wäre ich gerne noch darauf eingegangen. Allerdings sind wir jetzt schon am Ende unserer Diskussionszeit. Ich denke, wir haben heute gehört, dass erhöhte Ebenen eine gute Möglichkeit sind, um den Tieren einfach eine erhöhte Sitzmöglichkeit für das art-eigene Ruheverhalten zu bieten und dementsprechend auch das Tierwohl in den Stellen noch weiter zu verbessern. Ich bedanke mich jetzt erst mal hier ganz herzlich bei Ihnen allen, dass Sie sich die Zeitfolge genommen haben und unseren Zuschauern über Ihre Erfahrungen berichtet haben. und genau, wir würden jetzt gleich dann wechseln. Für die Zuschauer, Sie sollten jetzt in Ihrem Chat einen entsprechenden Link sehen zur Geflüge-Lounge 4. Dort werden wir uns auch gleich alle noch mal einfinden und vielleicht haben wir da ja noch mal die Möglichkeit, auch kurz über das Thema Arbeitsaufwand zu sprechen, wie groß der tatsächlich ist und vielleicht auch noch mal über das Thema Kosten, die damit verbunden sind. Herr Wessiorn hat es eben schon kurz angeschnitten das Thema, dass das Ganze wirtschaftlich sein muss, dass das Mehrkosten verursacht. Vielleicht können wir da auch noch drüber sprechen. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie gleich auch noch mal in der Lounge begrüßen darf. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.